Okay, weiter geht's! Vielleicht kommt hier die Boss Stage. Komm jetzt Boss Stage. Was? Ich hab doch gefunden! Hä? Jetzt kommt endlich der Boss! Oh, was? Was ist jetzt, äh, Spacen will das? Kommt hier ja, Scheißteile! Kommt hier ja, Scheißteile! Okay. Was soll ich jetzt machen? Was? Ach so! Fuck you, bist ja der leichteste Boss von allen! Ähm... Wollte ich hier hin? Also, das bin ich! Erste Frage, wieso ist er nicht braun? Zweite Frage, wie soll der kein schwarzer Kopf? Wieso sind hier zwei Tiere hinter mir? Und wieso verwandle ich mich zu einem Meerjung... äh, Meerjungsmann... Meerjung... Meerjung... äh... Schwanz, überhaupt irgendwas! Meerjungfraumann! So! Oder Blaupauschbube! Ähm... Wieso zähle ich dich mit meinem Schwanz? Sehr gut... Hä? 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 Ich nichtst zu den! Ich... äh... Wollen... Hä? Wir haben nicht kassiert! Hä? Typisch! Das Schwarze bezahlt nicht! Oh, was? Hey, komm mal! Kann ich das machen? Schon mal sehen. Sauge eins auf. Und was bringt es mir das jetzt? Beenden. Was kann das spielen? Chicken Race. Das klingt doch mal geil. Das sind mal hässlige Schüsse. Das ist 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 mal hässlige Schüsse. Muss ich es verstehen? Nein. Was sind das? Was machen Pandas zwischen Zwerge, Kühe, Hände und kleinen Menschen? Oh, geile Titten. Ja, tut mir leid. Ist klar, dass hier jetzt die Polizei da ist. Sie steht bestimmt auf Rollenspieler. Äh. Sie hat einen Elefanten mit einem langen Rüssel in ihrem Kofferraum ihres Motorrads. Jetzt ein Schwein mit einem Fußball. Captain Tsubasa oder was hier? Was kommt denn jetzt? Übertreibt mal die Lage, Polizei. Wollte sie alle... Okay. Okay. Ist klar. What the fuck? Okay. Okay. Ich glaube, ich muss nicht verstehen. Das nenne ich mal sauber. Was? Das war ein... Ach so. Und sie wurde gebankt. Erneut. Aber... Überspringen wir alles jetzt. Das ist eklig. Ganz ehrlich, ja. Ist eklig. Ich... Wie soll ich dich das hoch... Ach so, mit... Jetzt hab ich dich, du kleiner Spast. Hä? Ich hab doch nur... Das nenn' ich mal fail. In ganzer Linie. Okay. Ich sag dazu einfach mal nichts. Speed up. Eiket Oh, boah, da 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 da, ist das so sehr. Okay, komm. Wut, aber das ist ja… Ja, bei den einfachsten Spielen verkackt ich hier! Swups in die Nase, raus mit dem Popel! …Golu, Gluz! Jetzt freust du dich, oder? Ah, das passiert also. Ekliges Teil. Ich mache gar... Okay, geschafft. Speed up. Was sollte ich da machen? Hoppne! Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Komm. Ja, im nächsten Part. Entschuldigung.